Hallo liebe Zuschauer! Ich wollte etwas dazu sagen. Ich habe etwas Tolles. Das passt zu deinem Nachthemd. Ihr denkt euch bestimmt jetzt, warum ich immer das gleiche Hemd habe. Das ist mein Schlafanzug. Genau. Voll mit Kompignons. Das sind Pilze. Aber passt so toll zu deinem Nachthemd. Auf jeden Fall. So, guck mal. Wer heißt der? Schlote. 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 Wie heißt der? Schlote. Von Angelo. Das ist eine Musikgruppe. Schloba. Schloba. Schloba, oder? Ja, das ist Schlote. Und das sieht auch so aus als Gewinnspiel. Guck mal, so Sterne, Münster, Pfirsicht, Schirm. Aber, ich habe es so gelesen. Ja. Gewinnspiel im Deckel. Wie lange haben wir das schon? Keine Ahnung. Hier steht auch, geht auf die Schlote. Er scannt den Code im Deckel. Dann mach das. Cool, dein Handy. Nicht jetzt. Nachdem. Ja, nachdem. Muss ich mal eisig schütteln? Für sich Geschmack ist das? Ja, schütteln wir mal ein bisschen. Darf ich auch schütteln? Oh, das riecht schütteln. Oh, das riecht schütteln. Oh, das riecht schütteln. Darf ich nicht? Das ist du zischstig. Das ist wirklich sehr schwach. Oder ohne Farbstoff. Einer von beides. Oder nur chemikalisch. Geschmack. Wünsche nehme ich. Dankeschön. Das Kleine. Das ist sehr nett. So, dann. Oh, das schmeckt. Das ist Grün Tee. Hier steht auch. Warte, hier. Hergestellt aus direkt aufgebrühtem Grün Tee. Merkt man den Unterschied. Weil. Eistee fährt immer. Oder. Schwarz Tee. Schwarz Tee. Wird tatsächlich. Zu 90% oder zu 100% die ich kenne. Das ist das erste Eistee, die ich trinke mit Grün Tee. Das erste. Aber was ich da sagen wollte. Das schmeckt genauso. So ein bisschen wie der Tee in Tunesien. Ja, Grün Tee. Meine Tarte den macht. Schmeckt genauso. Aber ich muss sagen, das schmeckt besser. Ja. So, darf ich dir noch nehmen? Möchtest du? Ja. Schmeckt gut. Und Grün Tee ist sowieso. Schwarzer Tee auch ist sowieso. Mhm. Aber. Ja. Es ist etwas schwacher, natürlich. Weil schwarzer Tee... Wie viel Zucker ist da drin? Moment. Es gibt noch drin. Es findet kein Ende irgendwie. Warte, 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 warte. Langt, langt, langt. Es gibt doch ein Gewinnspiel. Ja, genau. Musst du es kennen. Und jetzt eigentlich drauf springen. So machen wir das in der Schule immer... Nein. Kannst du... Nein. So, liebe Zuschauer. Danke, dass du wieder zugeschaltet hast. Nein, sag deine Meinung. Also ich finde es tatsächlich lecker. Leichter als normal. Aber wir wollten noch zeigen, was wir gewinnen. Hol mal dann hinten. Nein. Das geht um den Tee. So. Slow Tee. Slow Tee. Slow Tee. Und so wird Geschmack. Also. Slow Tee. Ähm. Mit grünem Tee. Ähm. Pfirsich Geschmack. Finde ich sehr interessant. Natürlich viel leichter. Ich will gucken. Ich darf nicht schwacher sagen als normaler Eistee. Sondern es ist halt so. Schwarzer Tee ist natürlich eine starke Sache. Warte kurz. Kohlenhydrat. Davon Zucker. 6,1 Gramm. Okay. Ist das viel oder wenig? Hm. Naja. Ja. Wenn man das ganze Ding hat. Dann hat er. 1,5 Liter. 6 Gramm. Das ist schon mal. Dann hast du dein. Äh. Dein. Bedürfnis für den ganzen Tag. Schon erreicht. Und noch mehr. Echt? Ja. Wie viel ist denn der Bedürfnis vom Tag eines Kindes? 5 Gramm oder sowas glaube ich. Eines Kindes. 5 Gramm glaube ich. Und eine Erwachsenung? Äh. Auch genauso. So. Ähm. So lieber zuschauen. Und was ist wenn man zum Beispiel 10 Gramm nimmt? Ja. Wir dürfen nicht vergessen. Am Tag. Du isst nicht nur das. Ein. Und eben. Wir haben den Schokolade gegessen. Und wir werden noch was. Und was. Und was. Dann bist du bei 100 Gramm wahrscheinlich. Okay. Dann hast du dein. Aber. Jahres. Bedürfnis schon erreicht. Ja. Ja. Dann musst du jetzt gerade dann den Sportanzug anziehen. Und dann. 300 Kilometer. Und es dunkel draußen. Laufen. So. Aber was ich sagen wollte noch dazu. Ich lauf zur Schule hin. Es ist egal. Ich hab Montagssport. Dienstagssport. Und Mittwochssport. Und wir gehen mit meinen Freundinnen oft in die Stadt. Und. Ich will drauf springen. Ja. Also liebe Zuschauer. So. Das schmeckt wirklich gut. Ich werde es irgendwann. Wieder mal kaufen. Und wenn irgendwelche andere Geschmack gibt. Werde ich auf jeden Fall auch. Aber was ich noch dazu sagen. Das ist so cool. Das ist so Comic Style. Ja. Dann. Wie findest du den Geschmack? Sehr lecker. Sehr lecker. Und. Danke. Dass ihr. Das Video zugeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Bye bye.